Okay, ich gehe erstmal hier rein. Hallo, guten Tag. Lars. Mal hier oben drauf. Hallo. Na? Okay. Nichts drin, ne? Oh, ne. Komm mal hier rein? Vorne. Das ist schön. Hat er gesagt, hier ist irgendwo ein Nugget? Dann halt ihn nicht. Yes, ich merks. Checkpoint. Checkpoint ist cool. Alter, Alter. Okay. Tja, dann... Ja, ja. Ja, ja. Gehen wir das Ganze mal ein bisschen vorsichtiger an. Okay. Vorsichtig um die Ecke. Nunzen hier. Alles nicht so einfach, Papa. Danke. Ich wollte die richtige Seite und hab doch die falsche genommen. Oh, ich bin so ein Held, ey. Alter. Also, ich bin so ein Held. Alter, wenigstens gibt es hier nötig. Alter, geh doch mal runter. Gehe ich gleich rein, aber erst mal hier hin. Okay, Geheimnis haben wir, dann gehen wir da jetzt rein, Leute. Äh, ich sehe nix. ja ja jetzt war ich überhaupt nichts aber es macht als wir hier wieder hoch wir trotzdem hier gucken aber nix das war halt nur die alte sei die die alte seite quatsch die andere seite gleich etwas ausgelöst hier ist nichts mal hier oben gucken ob das so gut ist auf die da sind dass sie da sind 100 pro hast du die nicht mein freund was habe ich gesagt die haben dich du blöd kopf oh god oh god fish dish gelandys were on their damn payroll they didn't just want to shoot me they wanted to burn me alive but finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge it was a riverboat right i mean it's not like it was a goddamn motion oh i think he's all cocky now oh i think he's all cocky now oh 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 What the fuck is going on? Oh, Alter. es ist so es es ich es 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 What the fuck? Well, yeah, but I was in a fight. Oh, you're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed to be. So anyway... Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsafe. Oh, god. I'm getting back to that steamboat. How did you get off it, Mr. Grease? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. Habe ich jetzt endlich geschafft? Alter! Wow! Alter! Ich will jetzt hier nicht sterben, Leute. Alter, wo kommen die alle her? Okay. Aber es ist so� und schützlos. St 퍼z die einenne Oh nein. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Wie geht das denn jetzt? Scheiße, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Nein, das ist nicht euer Ernst. Okay, der schießt als erstes. Fuck. Okay, also erst der Rechter. Die kriegen das raus, Leute. Wenn nicht, mache ich das in der nächsten Folge. Scheiße. Boah, Alter, das ist so schwer, ne? Oh, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Oh Gott. Wow. Ui! Episode 7 Jerez, Mexiko. Eine Nacht, nachdem meine Brüder entfernt wurde für die Nacht, habe ich ein kleines Poker in einer Cantina mit ein paar Cowboys. Und ich konnte einfach nicht verlieren. Ich habe sogar eine alte Spanische Korte, die 100 Jahre alt war. Ich war sehr glücklich mit mir, die nächsten Morgen, als meine Brüder und ich rief für Texas. Aber bevor wir über die Grenze, die Cowboys mit uns fanden. Es war Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, und eine andere Arschlöne nennen, Jim. Sie wollten ihre Geld zurück und alles andere wir hatten, including unsere Leben. Als die Jungs nicht wollen wir kommen für sie später. Bob putt das alte Spanische Korte in meine Mouth und sagt, Ich werde es nicht gesagt, dass ich dich mit nichts verlassen, Junge. Ich werde es nicht verlassen, denn diese Jungs blöde, und da sind wir, als die Bastards rief. Die Brüder hat endlich gesperrt, unter dem Wettbewerb der drei uns. Aber meine Brüder und meine Brüder waren größer und größer. Sie waren bereits tot, und dann habe ich mir gesagt, dass ich sie verletzten. Ringo, du kennst. Aber Bob erinnert mich, bis ich hörte, dass er mit der Wild Bunch war. Das ist schon eine echt traurige Geschichte, muss ich sagen. Oh. Wenn man seine Familie verliert, gegen solchen Vollidioten. Wow. Okay. Okay. Was? 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 Oh. 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 Okay. und damit in der luft teilen ja das ist das letzte dann hier noch kann ich okay gut dann würde ich sagen gehen wir mal weiß die anderen sachen die könnte ich auch ja beidhändiger desperado das wäre wahrscheinlich auch mal ganz interessant ja okay ich glaube das machen wir beim nächsten mal jetzt gehen wir erst mal weiter ich werde aber auch nicht mehr allzu lange aufnehmen glaube ich weiß es aber nicht können wir jetzt mal ein bisschen schneller durch röschung hier gibt es kopf okay damit sind wir richtig wirken mal behaupten ich weiß nicht ob das so gut ist was du machst silo oh gott der schöne zug die ganzen leute nein seid doch schweine ich möchte trotzdem aha habe ich mir noch fast gedacht hallo 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 hallo